Es wird mal wieder Zeit für Kommentare kommentieren, Kommentare kommentieren, jetzt bei Mach's dir selbst. Yahoo! Di, hallo meine Lieben, der Andi von Thöricht hier. Macht mal heute wieder Kommentare kommentieren, ist ja gefühlt wieder viel zu lange her. Ich bin ja fleißig am Videos produzieren und jetzt habe ich heute gesehen, wir sind heute, Stand heute, 31.03., sind wir bei 220 Abonnenten und das findet ihr der absolute Hammer. Vor ein paar Wochen haben wir uns darüber unterhalten, was wir machen, wem wir 100 Abonnenten haben und jetzt sind wir bei 220. Was macht man denn, wem wir bei 300 sind? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Und apropos Kommentare, der erste Kommentar kommt von ExoLaté. Hallo, ich sitze gerade an einem Projekt, wo die Latenz im Mix zu hören ist und mein Mix kaputt macht wegen den zu vielen Plugins. Wo und wie kann ich das beheben? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen, was du immer machen kannst, du kannst einen Track einfrieren. Da gibt es dieses Sternchen-Symbol hier bei jedem Track und wenn du da draufklickst, wird der ganze Track inklusive alle Effekte abgemischt. Die Effekte werden dann alle deaktiviert, weil sie dann quasi in einer Audiodatei schon drin ist und das spart dir Ressourcen und dein Projekt wird auch die Latenz wieder ein bisschen geringer. Wo es immer schwierig ist, wenn du zum Beispiel eine Signalkette an Limiter oder so drin hast, der erzeugt immer eine Latenz. Da kann das System noch so schnell sein. Heißt also, wenn du hier Echtzeitaufnahmen machen möchtest zum Beispiel, dann musst du solche Plugins deaktivieren. André Steinbach, aber wenn die Plugins was anzeigen, finde ich das einfacher. Wir haben ja darüber geredet im neuen Teil von dem fortgeschrittenen Tutorial, dass ich immer drauf hören soll und nicht drauf gucken soll, was das Plugin macht. Das ist natürlich auch nichts Absolutes. Natürlich kann so ein visuelles Feedback ein guter Hinweis oder eine Hilfe sein, aber am Ende des Tages ist es ja wichtig, wie es klingt und nicht, wie es ausschlägt. Behandelt also diese optischen Mittel zweckmäßig. Das sind also Hilfsmittel und keine Ohrenersatz. Plural von Ersatz, Ersetze. Ihr wisst, was ich mache. Axel S., zum Glück kam das Jahrhudei doch noch. Ich hätte es sonst vermisst. Wenn ich mit meinem Song soweit bin, mache ich einen Termin bei dir. Lieber Axel, das finde ich sehr toll. Du kannst natürlich immer einen Termin bei mir buchen. Ich helfe euch aber auch natürlich in den Kommentaren und per E-Mail. Ich bin der letzte Mensch, der dann sagt, nein, da muss ich jetzt was zönder für, dass ich euch helfe. Wenn es aber dann wirklich was Längers wird, also ein One-on-One, eine Stunde oder mehr, dann könnt ihr das immer noch auf unserer Homepage buchen. Und apropos, es gibt jetzt bald Merchandise, so T-Shirts, tollen Sprüchen von mir. Aber dazu irgendwann mal mehr. Mulle, wapp. Nö, die Kabel klingen nicht besser, aber Einströngen werden vielleicht besser abgehalten. Lehne ich mir jetzt mal so weit aus dem Fenster und sorge, bei diesem, wenn wir jetzt über das Wovox-Kabel noch mal sprechen, über unser Einhorn-Arsch-Kabel. Da bin ich doch anderer Meinung. Weil, ich sehe es ein, dass Kabel, das Einsteuern bei Kabel vermieden werden oder reduziert werden. Aber dann ist es nicht größtenteils abhängig vom verwendeten Material, sondern eher dann vom Leitungsdurchmesser. Und vor allem ist es ein symmetrisches oder ein unsymmetrisches Kabel. Ein symmetrisches, das überträgt ein Monosignal, das überträgt das Monosignal aber zweimal. Und einmal in der Phase gedreht. Und das macht auch durchaus Sinn, weil, ich schicke jetzt einmal das Signal hier durch und dann noch mal Phasen gedreht und du es dann wieder umdrehen, werden alle Einstreuungen oder Störgeräusche, die auf dem Signalweg entstehen, einfach ausgelöscht. Habe ich jetzt ein unsymmetrisches Kabel, das heißt, einfach zweiartig für ein Monosignal, dann ist natürlich auf dem Weg, alles, was im Weg liegt, wie zum Beispiel so eine Steckdosenleiste oder ein Stromstecker oder eigentlich alles, was irgendwie ein Radio und irgendwelche Strahlen aussendet, kann da dazwischen funken. Also, bevor ihr euch ein sauteures Kabel wie von Wobox kauft, kauft es euch lieber, ich habe euch ja in seiner Beschreibung drin, lieber so eins und dafür aber symmetrische Übertragung. Martin Bub, danke an dich für deine super Einsteigertutorials, bin schon sehr gespannt, was noch alles von dir kommt. Eine große Frage habe ich noch, wenn ich zum Beispiel meinen Mix soweit fertig habe und möchte diesen Mix an ein Mastering Studio geben, zum Mastern, was muss ich da machen? Habt ihr mal gesehen, dass es sowas wie eine Mixdown-Record-Funktion gibt. Macht man das bei Cakewalk auch so oder reicht es, den Mix per Export zu exportieren und was braucht dann ein Masterstudio für Formate? Hoffe, du kannst mir weiterhelfen. Ach ja? Und kommt von dir auch noch ein Master-Tutorial? Das ist mir was abgefahren. Und ich weiß nicht was. Ah, es war mein Hirn. Also, welche Formate brauche ich für ein Mastering Studio? Da ist einmal wichtig, welchen Einsatzzweck hat denn diese Musik? Geht es auf eine CD, muss ich es anders mastern, wie als wenn ich es für Streaming vorbereite. Grundsätzlich kann man sagen, wenn es für die CD ist, dann wären es 44,1 Kilohertz in der Sampling Rate und 16 Bit in der Bit-Tiefe. Für Streaming würde ich 48 Kilohertz und 24 Bit nehmen. Aber auch hier kommuniziert mit eurem Mastering-Studio. Die wissen dann am besten, welches Dateiformat brauchen. Ob es ein WAV-File sei soll oder ob es ein AIF sei soll oder was weiß ich. Vielleicht möchten sie auch ein Cakewalk. ZM-P-Datei direkt haben. Kommunikation. Also, dafür gibt es zu viele Möglichkeiten, als dass man das pauschalieren kann. Beim Export natürlich ist es so, den kannst du ganz normal machen, weil wie ich es in der letzten Folge von Anfänger-Tutorial gezeigt habe, hier, vielleicht deute ich mal endlich richtig hin. und ansonsten gibt es da jetzt nicht wirklich viel zu beachten. Wie gesagt, kommuniziert mit eurem Mastering-Engineer. Ach, und die Frage, ob von mir ein Mastering-Tutorial kommt, da hätte ich jetzt eher so ein Na, weil ich habe Mastering, ich gebe das grundsätzlich auch entweder immer weiter, dafür habe ich Personal. Und wenn ich mal das Mastering selber mache, dann verlasse ich mich tatsächlich auf mein Mastering-Plugin von iZotope, das Ozone 9. Und das reicht für meine Mastering-Zwecke, reicht das völlig aus. Stefan Schädel hat mir Cakewalk heruntergeladen, es installiert und ausprobiert. Cakewalk und ich werden nicht warm miteinander. Du nutzt Cakewalk seit 25 Jahren. Ich bin seit 30 Jahren ein Nutzer von Steinbergs Cubase. Aktuell nutze ich Cubase 11.5 Pro. Ich werde bis Oktober warten, um mir das Update auf Cubase 12 zu kaufen. Dafür habe ich auch zu viele Plugins, welche ohne Steinbergs Dongle nicht funktionieren. Nur habe ich den Dongle nicht immer parat, da dieser in meinem PC fest auf meinem Mainboard angesteckt ist. Sprich, mir muss man schon den ganzen PC klauen. Und dieser PC wiegt mit der ganzen Wasserkühlung so um die 30 Kilo. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe vor Jahren mal versucht, mit Cubase warm zu werden. Hat bei mir genauso überhaupt nicht funktioniert, weil ich einfach mit Cakewalk schon da zu tief drin stecke. Und bei Cubase muss man doch wieder anders, alles irgendwie ein bisschen anders lernen. Und dann geht mir einfach der Workflow ab. Und ich kann es gut verstehen. Nein, bleib einfach bei Cubase, wenn du damit schon so gut bist und dich damit so gut auskennst. Weil ob du jetzt Cubase hernimmst oder Cakewalk, deswegen werden die Mixer nicht besser oder schlechter. Ich würde es eher sagen schlechter, wenn du sie mit Cakewalk dann überhaupt nicht auskennst und alles nicht lernen musst. Ja, die Dongle-Geschichte, bin ich froh, dass ich sowas nicht habe. Auch für meine ganze Software. Und ja, Wasserkühlung ist natürlich schon was Geiles. Ich hatte ja bis vor kurzem auch einen wassergekühlten Gaming-PC. Der hat jetzt tatsächlich neun Jahre lang gehalten. Und jetzt ist das Mainboard hinüber. Und ich habe ehrlich gesagt, keinen Bock, das ganze Wasser und die Kühlflüssigkeit abzulassen, alles auszubauen. Neue Wasserkühlplatten, auch viel zum Tor. Na danke, ich kaufe mir jetzt wieder einen normalen PC. Jürgen Schweiger-Lausermeyer. Cool, einfach erklärt. Hier sieht man den Fachmann. Und wenn es gar nicht weitergeht, Andi hilft immer. Tolles Tutorial. Ohne Andi wäre ich nur halb so weit. Dankeschön. Ja, lieber Jürgen, wir haben ja schon ein paar Mal auch mit Cakewalk zusammengearbeitet. Und freut mich, wenn ich die Inhalte so für euch vermitteln kann, damit ihr auch da durchsteckt. Ja, danke. Dark Bats, sehr gut. Danke für die Info über DistroKid. Ja, ja, bin halt hartnäckig. Wenn du aber es irgendwann mal machst. Ich habe da mal eine Frage wegen Radio. Irgendwie habe ich mal gehört, dass Radiostationen einen besonderen Schlüssel brauchen, um die Tracks spielen zu können. Weißt du da was drüber? Wenn ja, wie verhält sich das mit DistroKid? Ich hoffe, du konntest folgen, beziehungsweise du weißt, was ich meine. Danke, bis zum nächsten Video. Ja, Dark Bats, da kann ich dir folgende Info dazu geben. Wenn du einen Song an ein Radio oder einen Radiosender übermittelst, müssen die ja eindeutig identifizieren, wem gehört dieser Song. Und das machen wir meistens mit einem ISRC-Code oder auch noch, wenn so ein Album ist, den UPC-Code. Und beide werden bei DistroKid automatisch mitvergeben. Jetzt ist es aber so, da DistroKid ja in deinen Namen die ganzen Tantiemen und Royalties einsammelt, bin ich mir jetzt überhaupt nicht so sicher, ob die da mit deutschen Radiosendern zusammenarbeiten. Meine Songs sind ja schon mal ein paar, als wir damals 2018 in der Liederbestenliste waren, ist unser Song in vielen Radios auch gespielt worden. Aber ich habe dann auch in den Abrechnungen bei DistroKid nie irgendwas gesehen in die Richtung, wo es quasi hier sein Tantiemen vom öffentlichen Rundfunk oder so. Also, da würde ich jetzt mal behaupten, wenn ihr dort DistroKid nutzt, ist es dafür eher weniger geeignet. Wenn ihr Tantiemen aus dem Radio haben wollt, dann wäre es fast geschickter, ihr macht eine GEMA-Meldung, was auch dreckskompliziert ist. Und anders gesehen, wenn wir mal ehrlich sind, wie berühmt sind unsere Songs, dass wir uns darum kümmern müssen, dass wir die Royalties aus dem Radio gründen. Die allerwenigsten Zones. Die aller, allerwenigsten. Und jetzt habe ich hier noch für euch die sinnfreiste Konversation der letzten zwei Wochen. Ich weiß immer nicht, was Bienebumse meint, aber habe mich sehr unterhalten. Ja, wie immer gibt es jetzt hier noch ein Video, was ihr euch angucken könnt, drunter wieder ein Musikvideo zum Chillen, wenn es zu viel war, ist übrigens der neue Song von uns törrichten Jungs, Kaffee kippen und Benzin. Und ja, bis dahin, wie immer, Buzi aufs Bauch i Berli und Servus.